Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist nur ein Uhr. Wir müssen bald los, also um halb C. Also Leute, tut mir leid, dass ich dann kein Video drehen kann heute. Aber unterwegs werden vielleicht ein paar TikTok-Videos von mir kommen. Ja, dann guckt auf TikTok bei. Da habe ich auch mich nicht zeigen. Also, wann ich mich zeigen kann, ist ab 14. Da darf ich mich endlich zeigen. Also in zwei Jahren bin ich mein Handy jetzt nicht so normal schrattet. Ja, Leute, das ist wahrscheinlich bei dem Kanal. Haben wir schon bald getrieben, weil ich mich so tief habe. Es ist kein Problem. Ich habe nachgezogen und da war eine Straube locker. Die musste ich nochmal festdrehen. Und es hält alles schön und jetzt steht ja auch und hinten das nicht beachten. Das ist ein Krankenhaus. Wie hier ist auch ein Krankenhaus. Also ich stelle vor, es war ein Krankenhaus. Ja, da ist eben die Tür. Also wenn ihr eine Rumtour haben wollt, also morgen vielleicht. Also morgen bitte uns ihr dazu geben. Also ich frage euch, wollt ihr, dass ich die Türen aufmachen mit euch und dann noch eine Folge dazu drehen soll? Oder soll ich das langziehen bis zum 24. die Folge? Nur so als Info. Was wollt ihr mehr? Ob ich den Kalender mache, ob ich auf jeden Fall mit euch aufhabe, ob ich damit dann eine Folge drehen soll und dann das bis zum 24. nachziehen soll oder eben immer am jeden Tag eine Folge machen soll? Schreibt mal bitte in den Kommentaren, weil morgen ist der 1. Dezember. Ich würde es gerne von euch mal wissen. Und ich habe euch hier eigentlich in der Punkt, also da unten, also da hingestellt. Das ist eine elegante Gnede. Ja, das war ein Bit. So, wer ihr seht. Oh, Leute. Die Kamera? Ja, gut. Ähm, ja, Leute. Ich darf mich eben nicht zeigen. Ja. Aber was soll's. Na, das macht jetzt nichts aus. Ähm, auch wenn ich zwölf bin, hat sie Marie-Häschig-Einwand gefragt, ob ich mich zeige aufs Video. Nein, ich zeige mich leider nicht. Und du hast auch die Frage, ich werde mich wahrscheinlich erst ab 14 zeigen, weil, ja, da hat man im Durchgang gesagt. Ich darf mich das auf einmal mit der Zeige hin. Und Leute, wenn ihr ein Hobbyhaus-Video haben wollt morgen, schreibt's auch unten in den Kommentaren. Also mit Fee. Ich kann's euch mal kurz zeigen. Mit Fee. Ich hab' ich die Kamera, weil ich hab' heute einen Besuch gemacht, heute nochmal. In der Kamera. Warte. Ähm, ob ich mit Fee, also mit der hier, wenn ich weiß, wer da ist, soll rausgehen, als ich morgen rausgehen soll. Oder mit Flocke, wenn ich morgen rausgehen soll. Das müssen wir gerne von euch wissen. Und dann lasst mir doch einen Daumen oben da. Vergesst, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein Video von mir. Und dann, ciao!